Professor Meine, das HPI ist der diesjährige akademische Partner des Science Matches. Was erhofft sich das HPI von einer solchen Veranstaltung? Also wir sind gefragt worden, der Tagesspiegel macht das ja inzwischen zum vierten Mal, so ein ganz in der Wissenschaft eigentlich ungewöhnliches Format. Ganz viele kurze Berichte von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Gebieten. Die machen das zu verschiedenen Themen und das Thema die Zukunft des Digitalen oder Digital Future, das war natürlich was wie die Faust aufs Auge für das HPI passt. Deswegen habe ich gesagt, das ist interessant und da machen wir sehr gerne mit, helfen mit das zu gestalten. Und es ist ja schon in der wissenschaftlichen Community, wir hatten Vorträge immer so 20 Minuten, eine halbe Stunde und man muss dann genau erklären, warum, wie und was zustande kommt. Hier geht es einmal darum, einem interessierten Publikum, es sind weit über 1000 Leute da, zu sagen, da wird das gemacht, da wird das gemacht und denen so ein kleines Gefühl zu geben, was sind denn das für Fragestellen. Und am Ende des Tages ergibt sich dann so ein Mosaik aus ganz vielen, das sind glaube ich 50 Beiträge, die wir heute hatten, die das Thema Future Digital in ganz unterschiedlicher Weise beleuchten. Und insofern glaube ich, war es keine falsche Entscheidung, hier mitzumachen. HPI hat natürlich selber viel zu präsentieren, waren viele Vortragende aus dem HPI. Berlin ist im Bereich der Computerwissenschaften mit dem Einstein-Zentrum, mit den verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen, die große Informatikbereiche haben, schon ein Bereich. Und auf diese Weise ist es vielleicht auch ein bisschen gelungen, dass auch hier vor Ort in der Region Berlin-Potsdam auch die digitale Zukunft angeführt wird. Aber ist es denn überhaupt möglich, ein wissenschaftliches Konzept in fünf Minuten zu erklären oder leidet da die fachliche Tiefe? Also das ist gar nicht das Ziel. Das ist nicht möglich, ein wissenschaftliches Konzept mit den Voraussetzungen, mit den Implikationen, mit den dahinterliegenden Annahmen darzustellen. Hier geht es darum, Interesse zu gewinnen, dass überhaupt solche Forschung gemacht wird und mal so eine Forschungsfrage so ein bisschen aufzubröseln und zu zeigen, wenn wir uns für dieses Thema interessieren, mit den und den Methoden, dann haben wir das und das Ziel. Und das in drei, vier, fünf Minuten, das schafft man. Und für diejenigen, die da gar nicht vom Fach sind, also die gar nicht wissenschaftliche Kollegen sind und sehr viele unserer Gäste hier bei der Konferenz sind keine Informatiker, sondern kommen aus Wirtschaft und Gesellschaft und wollen wissen, wie das mit der Digitalisierung weitergeht, für die gibt es einen schönen Überblick, womit beschäftigen sich denn die Forscher. Und dann gibt es so manches Aha-Erlebnis. Mensch, das ist ja etwas, was wir brauchen. Und das ist natürlich auch immer Ziel einer solchen Veranstaltung, Aufmerksamkeit zu erregen, Interesse zu gewinnen und vielleicht auch mögliche Kooperationspartner anzusprechen und sagen, Mensch, für unser Thema, das klang so, als ob das, was ihr da macht, passen könnte. Und insofern finde ich es natürlich toll, wenn das HPE sich gut vorstellt in den verschiedenen Themen. Da gab es sehr schöne Präsentationen. Und wenn wir damit auch so sichtbar werden über dem Tellerrand hinaus. Okay, vielen Dank.